Heute geht es um das Gesetz des Rhythmus. Wenn du dir dessen bewusst bist, wirst du mehr Kraft und Energie haben für noch bessere Ergebnisse und Erfolg in deinem Business. Wünschst du dir mehr Erfolg in deinem Business? Wünschst du dir mehr Power und Energie? Dann hat dieses Gesetz, das Gesetz des Rhythmus für dich auch eine Bewandtnis. Alles in diesem Universum hat einen gewissen Rhythmus. Eppe und Flut, Tag und Nacht, Einatmen und Ausatmen, Geboren werden, Leben, Sterben und Wiedergeboren werden. Das Gesetz des Rhythmus schenkt uns das Verständnis dafür, dass sich alles in unserem Leben und im Universum immer wieder in einem natürlichen Zyklus bewegt. Es verbindet das dritte Gesetz der Schwingung mit dem vierten Gesetz der Polarität. Energien bewegen sich immer rhythmisch zwischen verbundenen Gegensätzen. Das heißt, wir haben ja die Pole, Mangel, Fülle und nach diesem Gesetz des Rhythmus kannst du entscheiden, aha, ich will zum Erfolg, aha, ich will gesund sein, aha, ich will mich vital fühlen. Und es verbindet dieses Gesetz dieser Pole mit der Schwingung, die du ja aufbaust. Du entscheidest, ob du dich klein, schlecht, krank, ungelebt fühlst. Du entscheidest das. Das ist das Fantastische, das klingt total logisch, aber wenn du das dir mal so richtig bewusst machst, dann ändert es einiges im Leben. Sei im Vertrauen, dass nach einem Tief bzw. nach einer Krise auch immer wieder ein Hochkommt. Erlaube dir Pausen, wenn du hart gearbeitet hast. Gönn deinem Körper und deinem Geist ausreichend Schlaf, nachdem du lange wach warst und dich ausgepowert hast. Wer von euch kennt das vielleicht? Man powert, man powert, man hat ein Ziel. Man hat vielleicht irgendwo in einem Motivationstraining oder Bootcamp gehört, Massive Action, du brauchst große, massive Aktionen, du musst tun, tun, weiter, weiter. Bitte stopp. Wir wollen es leicht haben. Gönn dir Pausen, damit dein Nervensystem, dein Unterbewusstsein, dein Körper sich erholen kann und du noch bessere Gedanken bekommst, noch brillantere Ideen, noch mehr Kraft, Mut, Energie und Stärke entwickeln kannst, dies noch schneller und leichter umzusetzen. Auch dieses Gesetz zeigt uns so schön, dass alles in ständiger Bewegung und Veränderung ist und dass es gar nichts bringt, an etwas festzuhalten. Gerade in diesen Zeiten der Veränderung ist dieses Gesetz des Rhythmus, diese Zeiten sind das Gesetz des Rhythmus. Lass dich drauf ein, vertraue dir, dass egal was kommt im Außen, dass du es auch bewältigst, dass etwas Neues kommt, dass die Veränderung schon da ist für dich, für dein Business und dass es noch besser wird. Danke, 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 danke für dich in meinem Leben. Danke, dass du zuschaust. Danke, dass du mitmachst und danke, dass du ein Kommentar hinterlässt, was dieses Gesetz, so einfach es klingt, jetzt doch vielleicht in dir ausgelöst hast. Danke, danke, danke. Wenn du mich mal persönlich kennenlernen möchtest auf einem meiner Workshops, schau auf meine Homepage, komm nach Erding oder nach Tendrifa. Danke, danke.